Hi Leute, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nachdem wir ja die große Baustelle in der letzten Folge am gestrigen Tag eingeweiht haben, schaut euch gerne vorbei. Ja, war ein ganz schönes Spektakel. Hidachi Baka sag ich nur. Hidachi, Hidachi. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht für was, aber ja, da wird auf jeden Fall die Baustelle aktuell oben eingerichtet und da werden wir immer mal ein Auge drauf werfen, wie es denn da so vorangeht. Und jetzt werden wir aber erst mal hier im Landhandel weitermachen. Ari, wir müssen mal schauen, wir müssen mal gucken, was unten die Dieselproduktion macht und wir müssen den LKW verkaufen und wir wollen uns eigentlich was Neues zulegen. Ja, vor allen Dingen nicht nur die LKW. Wir haben ja auch ein bisschen mehr zu verkaufen hier, Chef. Ach so? Haben wir echt noch mehr zu verkaufen? Ja, natürlich. Guck mal, ist ja nicht nur der LKW. Guck mal, die Frontlader hier, die Kontrollen, die stehen zu Ewigkeiten hier. Du siehst ja, wie du den letzten abgestellt hast. Ja, schön ist auch noch. Vor allen Dingen, wo steht, dass ich den da abgestellt habe so? Wo steht das schon wieder, Harry? Ja, das kannst du nur, Chef. Harald? Ja, Chef. Nein, aber, ähm, okay. So, welcher LKW soll weg? Der hier, ne? Ja, der Tatra, den brauchen wir doch nicht mehr. Und das, was wir, unsere Öfflieger, guck mal, da haben wir einen Dolly dafür, die können wir mit einem Dolly ziehen. Den brauchen wir nicht. Beziehungsweise sollten wir echt überlegen, ob wir die Auflieger wegtun. Das ist nur unnädig Geld, was, was wir hier rumstehen haben. Ich sag mal, in der Erntezeit ist es schon von Vorteil, wenn wir unseren Annaburger hier noch haben. Das ist auch nur der Zweiachser. Ach nee, das ist ja ein Kampel, siehst du, verwechselt, die Annaburger ist auch groß. Siehst du, das ist ein schöner Annaburger, so ein Kleiner, der wird mir auch gefallen am Landhandel, Chef. Hm, da würde ich aber eher mal auf dem ÜLW gehen, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ja gut, das könnten wir auch machen. Aber ganz ehrlich, Warte, bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, warte mal, noch mal in den MAN investiert und da einen zweiten geholt, glaube ich, machst du nichts verkehrt. Ja, hm, nee, Chef, würde ich nicht machen. Nee? Nee. Guck mal, es ist, den, unseren, unseren, unseren LKW hier vorne, den nehmen wir, wenn wir jetzt übersee was wegbringen, oder wenn wir beide Kunden fahren, allen drum und dran, ja, und unsere Traktoren mit den Anhängern, die nehmen wir für die Ernte. Wir brauchen nicht noch einen LKW. Das ist wieder unnütz, was, was rumsteht. Außerdem, was willst du dir denn eigentlich schon wieder kaufen? Ich meine, wir haben drei LKWs aktuell am Landhandel, das stimmt schon. Das ist halt. Wir haben ja auch noch den IT, im Endeffekt kann man da ja im Notfall auch noch eine Mulde laden, oder was weiß ich, beziehungsweise haben wir hier sogar noch einen Anhänger. Deswegen. Ein IT, das heißt, wir können den sogar mit zwei Mulden noch bestücken, oder was auch immer, was wir auch immer wollen. Den Dresch haben wir übrigens auch noch runterbringen. Aber der macht ein gutes Bild da drin, Chef. Sag ich dir. Warte, warte, ich habe eine Idee. Weißt du, sieh'n keiner? Nee, warte. Passt auf. Anhängertechnik. Ich, ganz ehrlich, was hältst du denn? Würde mich mal interessieren. Was hältst du denn von einem Sync-Trak? Der ist ganz neu rausgekommen. Also der ist jetzt hier beim Händlerast ganz neu verfügbar. und es ist halt ein ziemlich multifunktionales Gerät. Muss ich ehrlich sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man da eventuell vielleicht doch mal rein investieren soll. Na ja, Chef, wir sollten vielleicht, äh, ja gut, wir können es ja mal probieren mit der Maschine. Aber, unter einer Bedingung, wir nehmen einen Dreiachser. Ja, ja, den Dreiachser. Weil den Dreiachser, sorry, aber der kommt nicht auf den Hof. Der sieht ja aus. der Dreiachser würde schon, würde schon, äh, das, also, aber ich würde auch eher so sagen, Chef, dass wir den erstmal für, für eine halbe Saison, äh, auf Leasing nehmen, um zu gucken, wie und was, ob der uns auch wirklich, äh, arbeitstechnisch, äh, für Nutzen ist. Ich sag dir auch ganz ehrlich, weißt du was, weißt du, was ich auch überlegt hab? Was denn? Harry, hast du den Unimog gesehen? Ja, den würd ich mir kaufen, ja, den hatt ich auch vor zu kaufen. Wie, den hattest du vor zu kaufen? Ja, denkst du, äh, du kannst dir da deinen privaten Anhänger hinstellen und ich stell mir hier nichts Privates auf den Hof? Was heißt denn private Anhänger? Dein kleines Häufchen Elend, da vorne? Hast du gesagt, der hast privat? Ach, weil ich was du meinst. Ja, Harry, äh, jetzt vergleichst du aber, äh, die vergleichst du aber, äh, mit Birnen hier, wo man mal ganz klar sagen, ne? Das hatte ich mal im Lacher auch immer gesagt. Ja, also, das ist ja wirklich, er hat, du darfst auch mal fahren. Jetzt, dafür. Überleg, äh, meinst du, äh, wir sollen so ein Unimog holen? Ja, ich hol mir so ein, Aber Chef, ich bin ja nicht so, ja, klar, wir können ja mal, wir können, wir können doch mal gucken, was er uns bringt, als Zugfahrzeug auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Ich meine, der ist nicht so leistungsstark, aber das ist halt ein Arbeitstier, ne? Das ist ein Arbeitstier, das ist ganz klar. und ich glaube sogar, du kannst da bestimmt auch noch ein bisschen, äh, so machen, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr laden kannst bei dem. Ja, 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 die Seitenwände noch aufschrauben. Aber, äh, mal ganz ehrlich, was soll ich mit dem LKW jetzt noch mitnehmen? Kann ich jetzt noch was weg? Ja, willst du, willst du denn den großen Krampel, äh, weggeben? Ja, aber da müssen wir uns wirklich überlegen, äh, ob wir nicht einen anderen Anhänger uns nochmal wiederholen müssen, aber halt einen ohne, äh, Auflieger, also kein Auflieger quasi. Ja, das hast du gesagt, ein Annaburger. Dann lass uns doch, naja, wenn es einen Annaburger im, im, im Dings gibt, im Katalog, aber es glücklich aber halt nicht. Annaburger gibt's. Natürlich gibt's einen Annaburger, Dreiachser. Aber der ist, vergiss es, das ist ein Silage-Anhänger. Hm, das ist natürlich, aber dann lass uns doch, lass uns doch dann, so eine, lieber so eine Mulde zulegen. So ein Getreide-Container. So ein Getreide-Container auf dem IT oder was? Ja, na klar, da sind wir flexibler. Und da kannst du nämlich auch, dann kannst du nämlich auch das kleine Ding, was hier hinten um der Ecke steht, hier, die, die, was die Britsche ist, die braucht auch kein Mensch. Aber dann nehmen wir den Getreide-Container XL, den großen. Ja, natürlich. Moin, Karl. Moin, Karl. I go, bio. Wer braucht ein Bier? Was ist mit Bier? I go, is bio. Was ist mit, was? I go, is bio. Ach, ob bei uns alles gut ist? Ja. Achso, ja. Aber was denn mit bio? Bei uns alles gut ist, hat er gefragt. Achso, man mag das hier, man mag das hier einen Tanksteil haben. Und, äh, Herr Schlag, Karl, alles gut über da. Was? Alles gut über da. Ja, auch so eine Portion. Was ist eine Portion Obst? Ja. Hat er Küchen mit oder was? Aber ich glaube nicht, ich sehe keine. Hat er Küchen dabei? Weiß nicht, ich muss mal fragen. Er weiß genau, wie er mich kriegt. Flasche. Hallo, Herr Feldmann. Hei, hei, wiegt Stroh noch? Stroh, ja, Strohhammer. Ja, hei, gern so ein Lastwagenfolie. Ja, mach ich mal. Achso, du hättest gern ein Lastwagenfolie. Richtig. Richtig. Äh, kriegst du natürlich, Karl. Oh, das ist das. Macht dir der Harry voll, ne? Sauber. Äh, Tatra, brauchst du ein Tatra? Ne, ne? Ne, was sagt noch damit? Ey, die wollen wir einfach äußern, deswegen. Ich würde immer oben machen, aber das ist nicht los. Achso, mal ausmachen oder was? Ja, das ist Musik verloren. So. Was? Den IAC. Was mit dem? Der wird nicht angefummelt. Also. Sammlerstück hier. Der ist geil, Ja, da hätte ich nur Interesse dran. Da sitzt mal rein. Lisse Steckers mal anders machen, wenn du wirst. Ui. Aber jetzt. Quallen ein bisschen, Aber mein Gott. Das ist ja mein Stil. Der ist noch ungefilterte Luft. Das ist gut. Ah, ist nicht schlecht, ne? Der ist auch ganz fein gemacht, ne? Kannst nicht sagen, oh, oh, schön langsam, ne? Schön sagt er. So. Aber der Schlag, äh, äh, was hat mir ausgemacht? 75, ne? 22. 24. Ja, ist ja in Ordnung. No. So. Gut. Ja, ja. Kein Moment. Und was Mainz von dem Boot, stell doch, da ist richtig was los, wa? Ja, ich wollte gerade fragen, hast du alle gut rum angebracht? Ja, dass der da klappt. Aber ich bin hier mal gespannt, was das ist worden, da ist doch. Ich bin hier auch nicht so richtig. Das ist ein Verwaltungsgebäude, habe ich gehört. Ja, aber da muss ich gewaltig grauen worden, so viel Fläche aus der da oben will, dass hier vor uns sind. Ja, 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 ich habe schon gesehen, was die da ausgehoben haben, wenn das alles Fundament werden soll, ja, der Gummio und Schatz, so entweder ist der Boden schlecht oder es wird wirklich groß. Ja, da wird gehauen, ich bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall, na ja. Harry, wie viel hast du reingelassen? Äh, 70.000 Liter, ähm, Karl, wir bekommen. Warte, warte, kann ich sagen. Warte. Der Chef, Unglaubliche 5.200, also 5.184, der wird einfach mal frecherweise aufgerundet, Karl, ich, wohl nicht sehr, also irgendwas stimmt mit direkten Reh, ich kriege ja Blut 5.000 fähig, wie viel? 5.000 fähig. Wie viel haben wir vom Preis gehabt? 72. 72. 72. Ja. 5.184? 72.000 Liter sind da, oder 70.000 Liter. 70.000 Liter. 70.000 Liter sind da nur drin, ich habe verstanden, 52.000, 5.040, entschuldige bitte, ja, 5.040 ist richtig, ich habe 72.000 verstanden, Entschuldigung. Bitteschön. danke euch, danke euch, danke euch. Danke euch. Danke euch. Danke euch. 50 Euro sind Trinkgeld, der förderte mir mit Ohr Hamburgs. Das nett, dann würde ich das nächste Mal auch wieder probieren. Ja, allgoda. Egal, worauf, danke, tschüss. Jo, tschüss. Ich hätte noch ein Mähwerk zu veräußern. Ein Mähwerk? Ja. Ja, hast du es mit? Ja, da am Fenst. Wo denn da? Sag mal, jetzt fühlst du immer noch auf den kleinen Hütten rum, das ist ja der Wahnsinn, du bist aber, oh, ja. Boah, Spaß ab. Ja. Uha. Ja, machen wir dir ein Angebot, kannst du mal rückwärts in die Halle rein, warte mal. Fährst du mal rückwärts in die Halle rein, setzt es mal ab, auf der rechten Seite und dann können wir dich, ah, das geht schnell, können wir dich dann direkt anrufen. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist, wir haben auch noch den riesen Aperion. Wann ist in der das letzte Mal bewegt worden? Oh, na ja, so Anfang, Mitte des Jahres? Ja, sind wir mal ehrlich, oder? Da steht ja auch tot da drin. Naja. Ja, komm, dann häng ich jetzt den Aperion an und weg das Ding. Hartmut, wir rufen dich an, ne, wegen dem Mähwerk. Okay. Alles klar? Das, warte mal, ja, genau. Ist auch wenig benutzt worden, also zweimal. Zweimal nur benutzt, ja, dann ist das ja ein traumhafter Zustand, wie ich sehe. Ja, kann ich dir, warte, kann ich dir direkten Preis machen, die können wir dir, wenn wir es schnell unkompliziert machen, zwölf und halb geben. Machen wir zehn und dann möchte ich aber eine Wartung für den Fan einmal kostenlos haben. Das kriegt man hin. Okay. Kriegt man hin. Auf jeden Fall, das passt. Ja, gut. Zehn tausend und, ähm, gut, dann überweist uns mal, bitte, überweist uns mal, bitte, Moment, machen wir das gleich fertig, äh, 4.700. Ja. Und wir veräußern, das Mailwaregeld wird dir gut geschrieben, ja? Ja. Alles klar, danke dir. Bitte. Tschüssi Hartmut. Tschüss. Gut, Harry, komm, dann schnapp dir mal bitte die Frontlader, wenn man die jetzt aktuell nicht brauchen und dann lass uns die gleich mal mit wegbringen. Ja, darf ich auch, darf ich auch. Zumindestens ein, ach, du darfst. Ja, komm, ich freue mich, das Feld, ich bitte, nee, du fährst nicht übers Feld, du fährst auf der Straße, langsam, ohne andauer Verkehrsteilnehmer damit zu gefährden, ja? Ja. Und hast du aufgeschrieben, was wir eingenommen haben? 4.7 und 4.1? Ja, natürlich, alles schön und ja, Chef. Alles klar, ich würde ja nur fragen, ne? Sag doch einfach mal Manus zu mir oder Miguel oder, oder Göttlichkeit oder was auch. Ja, Chef. Ach. So, schönes Ding hier auf jeden Fall. So, aber, 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 was denn nur? Aber den, 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 ja, den Glas Sammler, der bleibt da, ne? Also den Sammelwagen. Den Sammelwagen brauchen wir ja. Ja, ne, ich sag bloß, weil wenn du wieder in deinem Off-Reinwagen bist, du reibst dann wieder Zeug weg, was wir nachher wieder suchen. Häng mal an die Pille. Hinten. Warte. Hast du? Ja, Ja, ja. Ja, alles dran? Ja, läuft. Bis gleich beim Adler. Ja. Komm, die pushen, dass wir das Zeug noch loskriegen. Bring das Schneidwerk gleich mit am besten. Oh, Nein, ja, dass dein Führerschein unerlässlich ist, Harry. Ja, und du versuchst mir da gerade versteckt nicht, aber auch schon was anderes mitzuteilen. Ja, ich versuch dir gerade versteckt zu sagen, du sollst keine Scheiße bauen. Und sollst du jetzt ganz ordentlich machen. Habe ich jemals Scheiße gebaut, Chef? Das kann ich jetzt nicht kommentieren. Ich will ja nichts sagen, aber warum hast du keinen Führerschein? Chef, weil ich dachte, ich habe mir ordentliche Kekse bestellt und ich wusste, dass in den Keksen was drin ist. Also nimm es mir ja nicht übel, aber wenn mein Gemütszustand sich drastisch verändert, mir irgendwelche Sachen im Gesichtsbereich anschwellen. Also ich würde jetzt ganz salopp sagen, mich da mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und würde behaupten, das würde ich mitbekommen. Also Chef, wenn du auf meine Zunge anspielst, die ist angeschwellen, weil mir da Herr Nelling irgendwas komisches gespritzt hat. Bist du fertig? Ich stehe hinter dir. Ich warte nur wieder auf dich. Harry, wenn du hier nicht bei der Sache bist. Natürlich bin ich bei der Sache, aber du darfst doch nicht. Du sollst das Schleitwerk mitnehmen. Ach, jetzt schon? Ja, ich weiß nicht, ich wüsste es ja als Deko an die Wand noch hängen ein paar Jahre oder wie, was hast du denn vor? Na, ich habe ja noch einen Frontlader. Ich dachte, ich nehme es bei dem zweiten mit. Doch gehüpfig gesprungen, Chef, ob ich jetzt oder nachher habe. Ja, komm, jetzt häng den doch dran, los, nimm den jetzt mit. Na gut. Hätte doch gleich sagen können. Jedes Mal kommt er mit euch in einem anderen Mist und Decke. Schleitwerk hat er nicht erzählt. Immer dasselbe. Harry macht dies, Harry macht das. Oh, Schleitwerk. Du zappelst doch nicht die ganze Zeit im Funk hier rum. Chef, wo bist denn du schon wieder? Erledige nur kurz was. Aber Chef, es kann doch nicht angehen. Ich stehe hier seit mindestens zehn Minuten mit Schneidwerk, mit Frontlader, mit Gabel und warte wieder nur auf dich. Ich verstehe das nicht, Chef. Richtig. Da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. Ich weiß, ich kann sagen, wir fahren mir hinterher. Boah, der schwebt hier durch, das ist nicht zu fassen. Und pass auf jetzt, wo du hinfährst. Und halte ich hier an die Dings. Das sagt doch richtig. So. Wie schnell fährt denn der Trigger? Boah, ich bin jetzt bei 36, 39. Schneller fährst du mit dem nicht. Schneller fährst du nicht, denk dran, hier sind nur 30. Stell dir mal vor die Blitzen, ich habe noch deine Ommel da drauf. dann hat es sich komplett. 43, Chef, da geht's gut, ey. Du sollst 30 fahren, verdammte Axt. 35. Mach ich doch. Mach ich doch. Boah, pass auf, dass ja keiner kommt. Vor allen Dingen, pass auf, dass der Fritzl uns nicht sieht, ey. Weiß ja, der scheißt uns gleich wieder an. Ja, ich weiß, da war ja vor uns schon, was ich sehe. Naja. Ich muss so, weil ich mal so schiffen musste und in die Silage da. Ich habe gedacht, mein Gott, die Silage, da kümmert sich kein Schwanz drum. Ja, aber wärst du ein Stückchen höher, also wärst du oben drauf gegangen, hätt's vielleicht keiner gesehen. Da hätt's so ausgesehen, als ob du dir die Silage anguckst. Eigentlich beim Adler, oh, ist beim Adler Orken eher noch, der so Fritzl ähnlich aussieht, oder was? Du wartest hier, du wartest vorne auf dem Parkplatz. Oder warte mal hier vorne, vor dem Parkplatz noch. Ich fahr erst mal rein, ja? Willst du mich hinterm Stein verstecken? Ja. Die muss ja eh flügen, da kommt Mais drauf. Wenn wir nachher häxeln, oben die Felder, das lasse ich alles. So, ich sag mal, bis zur 103. Da mache ich überall Wiese drauf. Guten Tag. Und Tag. Das andere, da kommt Mais drauf, oder? Aber jetzt, dann wäre es mal ruhig. Oh, Heimlichkeiten? Ich wollte euch nicht unterbrechen, ich wollte nicht lauschen. Nein, nein, es kam nur gerade darüber. Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen, Entschuldigung, in Form der Höflichkeit. Wem gehören denn die zwei schönen Jessie? Wie ist da vorne ein Mensch? Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Zwei JCBs, die auf Ihrem Grundstück stehen, wissen Sie nicht, wen wie gehört? Nein. Den da. Sagen Sie es ruhig, sagen Sie es ruhig, Herr Adler, wenn wir unerwünscht sind. Nein, unerwünscht auf keinen Fall. Ja, wieso können Sie mir das nicht sagen? Schauen Sie, der Herr Planke, der fährt auch noch mit einem guten Zahn hier durch, für das hier 30 ist. Oh, der hat sie gedacht, ja, Allerdings. Lass erst mal warten, bis der Bullizist da ist, das machen die zweimal, dann ist vorbei. Warum? Du hast auch zehnmal gemacht. Ich mache das heute immer noch. Ich überhole noch. Ja, wir wollen was veräußern hier, wir müssen was exportieren. Ah, dann, nur zu, kein Problem. Ja. So. Vertraust du dem da, oder was? Ari, fahr mal einfach rein und pass auf, ich nehme mich jetzt hier so ein bisschen so schräg hin, fahr mal einfach rein, fahr mal rein, komm mal her. Das ist so aufregend, Chef. Mensch, mach jetzt, lacht er, komm, die quatschen da hin, die checken eh nichts. Komm, ja, schuldig. Warte, langsam, 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 und jetzt fahr, 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 weiter, 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 und rein in die Olga. Sehr schön. bestens. Haumach, kann man nicht anders sagen. Gut, dann hängen wir ab. Warte, ein in den Export hier. Chef, steig du mal ein. Ah, ja. Ich glaube, die haben sich da rumgedreht. Ja, können sie doch. So, guck, jetzt komme ich hier rausgefahren, saustark. So, 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 gut, Harald? Ja, Chef. Jo, fertig. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Warte, ich habe eine Idee, ich muss das mal kurz umlenken. Harry, 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 jetzt komm doch her. Steig ein, ich begleite dich raus und den verkaufe ich. Ich bin weg. Alles klar, hau rein, ja? Ja, hol mich ab hier. Ja. Oder bring den Pick up. Mach ich. So. Oh, hola. So, mein lieben Freunde, aber wir werden den LKW noch veräußern, das geht alles noch im Export, wir sind erst mal fertig, lasst das Däumchen da, wir sind erst mal raus. Kuss.